Schauen wir mal, wie stark so ein Handy strahlt, wenn es in das WLAN aktiviert ist. Sie sehen also, immer wieder diese hochspitzen. Und das haben Sie die ganze Zeit am Schädel, wenn Sie es neben dem Kopfkissen liegen haben. Da können Sie kaum schlafen. Und das ist die ganze Zeit am Schädel. Vielen Dank.